Willst du mit? Willst du mit? Hey, hatte ich dich nicht schon befreit? Jetzt bist du in Nastys Heimatwelt, Spyro. Und du musst ihn besiegen. Soll er nur kommen. Ich bin bereit. Erreiche den Ausgang in jedem Land von Nasty. Und nimm es dann mit dem Nork persönlich auf. Erreiche den Ausgang in jedem Land von Nasty. 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 Und du musst ihn besiegen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Mach weiter so, Spyro. Nasty hat bestimmt schon richtig Bammel vor dir. Ich an seiner Stelle hätte die Norkosen schon voll. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wow, ich hätte nie gedacht, dass ich mal gerettet werde. Schon gar nicht von so einem kleinen Drachen. Äh, ich hab nie an dir gezweifelt, Spyro. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020